Hallo ihr Lieben, eigentlich idyllisch, direkt am Ahrufer und trotzdem gibt es hier im Moment ganz viele Probleme. Die Versicherungen bezahlen nicht und weil die Versicherungen nicht bezahlen, können die Betroffenen die Abrissunternehmer nicht bezahlen. Und da sind viele kleine Unternehmer dabei, die wirklich mit Leib und Seele hier im Ahrtal unterwegs sind und die wirklich jetzt auf der Strecke bleiben, eben durch dieses ganze Verzögern der Versicherungen. Und es ist schlimm, wenn man dann mit diesen Leuten, die wirklich mit allem Herzblut, was sie da haben, hier im Ahrtal arbeiten, helfen, wo sie immer auch helfen können und dann nicht bezahlt werden, weil die Betroffenen, die das beauftragt haben, auch nicht bezahlen können, weil die Versicherungen die Zahlungen einfach nicht auszahlen. Schlimm, schlimm, schlimm. Michel Gen für die Ahrtalhilfe Ahrhaus. Danke.